So, wo haben wir denn? 807 Meter Infos, Infos. What the f**k? Was war denn das? Grand Tour der Finsternis. Ohohoho. Kann ich da rein? Nein. Entnimm was? Attacke. Ein Gargoyle. Wollte wahrscheinlich so sein wie ich, ne? Lade hoch, abgeschlossen. Alfred, analysiere die Blutprobe, die ich grad hochgeladen hab. Wie Sie wünschen, Master Bruce. Ich suche jetzt nach Übereinstimmungen. Ich will gar nicht wissen, wie Sie da ran gelangt sind, Sir. Ah, da wären wir. Das Blut ist stark mutiert, es gibt aber eine Teilübereinstimmung. Ein Dr. Kirk Langstrom. Such nach Eigentum in Gotham, das Dr. Langstrom gekauft oder gemietet hat. Sicher. Ein Moment. Ja. Er und seine Frau haben ein Kellerlabor in Chinatown. Ich schicke Ihnen die Adresse. Danke. So, ja, aber ich wollte auch eigentlich kurz die Feuerwehrs. Sir, ein Polizeihubschrauber hat einen der vermissten Feuerwehrleute auf einem Dach in der Nähe der Grand Avenue entdeckt. Wir haben leider keine exakte Position. Viel Glück. Ist da hinten oder was? Da ist der Hubschrauber. Evakuierung? Ha! Batman wird sich um Scarecrow kümmern und ich mich um den Rest. Hm. Gucken wir mal noch da drüben. Ich meine, ich kann soweit sehen. Eigentlich müsste ich doch... Was ist denn das da unten? Hier fliegt ganz klar etwas Seltsames durch die Lüfte. Den Bewaffneten. Ich mag dein neues Autobets. So viele Waffen. Als hätte dir bei der Planung ein böser Clown etwas ins Ohr geflüstert. Halt auf! Es ist Beste! Richtig. Oh! Ah, das war's schon. Bitte. Ich muss es wissen. Hast du noch jemanden gefunden? Schon massig. Einige ihrer Männer sind im GCPD. In Sicherheit. Weißt du wie froh ich bin, dass du hier schon ein bisschen mitgenommen hast? Selbst vor heute Nacht waren die letzten Wochen die Hölle. Entlassungen, Brände überall in der Stadt. Überall? Ja, das waren mehr in einer Woche, als sonst in zwei Monaten. Aber der Chief hat sich reingehängt. Er hat für Jobs gekämpft und zusammengehalten. Diese Jungs, Batman, sind für mich alles. Ich werde sie finden, ich verspreche es. Warten Sie hier, ein Polizist wird sie abholen. Hm. Okay. Der Skate des gesamten Stadtgebiets hat einen Milizpanzerwagen aufgespürt. Ich übermittele Ihnen die Koordinaten. Ich weiß nicht, wie viele es da noch gibt. Tutu. Das ist ein Mal wird schwächer, was? Das muss man Scarecrow lassen. Er hat uns die Schlüssel zur gesamten Stadt überreicht. Hast du jetzt genug, du Pisser? Sprich lauter, wir können dich nicht hören. Ihr, ihr werdet nicht gewinnen. Glaubst du immer noch, dass die Fledermars dich retten wird, hä? Ich weiß nicht, wie er es versucht. Mit unseren Knarren durchlöchern wir ihn wie ein Sieb. Susswaffen, halten ihn nicht auf? So viele aber schon. Wir haben jeden Winkel im Visier. Er kommt nicht mal in die Nähe von diesem Mord. Oder von dir. Das Spiel ist aus, Freundchen. Du bist erledigt. Diese ganze Stadt ist am Ende. Es gibt nichts, was du oder sonst jemand dagegen. Hallo. Alle mit Waffen? Das ist noch nicht vorbei. So, steh auf, du Hampelmann. Ich kann nicht. Ich muss erst resetten. So. Mein Gott. Was du gerade gemacht hast, habe ich ja noch nie gesehen. Alles okay, Lieutenant. Es ist vorbei. Du warst ja bestimmt auch noch nie an seinem Ort so hingewerbt. Ich wollte helfen, war aber nicht stark genug. Du wurdest festgehalten. Das ist nicht ihre Schuld. Wenn uns bedroht des Feuers Wut, verleihe mir Kraft und Mut. Das sind nicht nur Worte. Das ist unser Leitsatz. Das ist unser Leitsatz. Ein Polizist bringt sie in Sicherheit. So, jetzt habe ich natürlich das Signal verloren. Okay, Stufenaufstieg kurz an. Oh, sieben habe ich schon mal okay. Machen wir den schnell mal. Ich mache nicht noch einen. V. Infos. Der Scan des gesamten Stadtgebiets hat ein Milizpanzerwagen aufgespürt. Ich übermittele Ihnen die Koordinaten. Ja. Wo denn? Ist jetzt echt entkommen. Ist es das, was ich glaube? Es ist Batman! Gebt Gubi! Nein. 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 Wenn der Red Lover es sagt, kann man ihn wenigstens ausblenden. Aber bei Scarecrow kriege ich eine Gänsehaut. Oh, ich komme nicht näher. Das ist blöd. Heute Nacht zeigen wir es der Fledermaus. Wird auch endlich mal Zeit. 400. 300. Vorne ist er da. Das ist nicht drin. Nein. Ich bin nicht mehr drin. Da fährt er extra auf den Kreis. Da fährt er die Lumpelänge auf. Moin. Da fährt er. das glaube ich nicht denn jetzt bist du auch schon fertig ich habe einen panzerwagen der miliz ausgeschaltet jemand muss den fahrer aufgreifen und aufs ich habe nichts gerade aber es ist doch den habe ich noch den gargäuel diese gequälte kreatur war mal ein menschen vielleicht erfahre ich in seinem labor was die die kreatur könnte sie in ihrer vertrauten umgebung verbergen aber bestimmt wollte er so sein wie ich ich bin froh die fehler muss dreh auf waschen war kein neues rechtes ach nee aufzug benutzen runter ins keller da kommt die verwandlung ja hallo wenn nein das ist furcht na so ist sei einfach du selbst ok das genetische resplicing war ein erfolg die rekombinanten moleküse schatz du machst es schon wieder versuch es mal verständlicher ja natürlich entschuldige also wir haben die dna von des modus rotunders ich meine der papierfeder maus mit der des menschen kombiniert dieser durchbruch könnte wird gehörlosigkeit für immer heilen und verhindern wie war das perfekt schatz hast du das drauf schatz glaub schon ist das rote lichtern das übliche ok ah das sieht nicht gut aus legt die löcher noch her ich bin so stolz auf dich schatz leg los ok das läuft die dauerschleife oh was war das weich untersuchen ach stumpfe gewalteinwirkung am kopf langström wusste nicht was er tat das glaube ich auch die rekombinanten moleküse schatz du machst es schon wieder versuch es mal verständlicher ja natürlich da ist ein computer vielleicht enthält er ein paar antworten auf dem computer ist dr legtrums forschungsmaterial gespeichert ah nukleotid abbau festgestellt er hat seine dna mit der einer vampir fledermaus gekreuzt das konnte nicht gut gehen wenn ich seine dateien durchsuche kann ich vielleicht ein mittel gegen seine verwandlungen herstellen ich muss die man bad signatur isolieren und aus langströms dna entfernen man bad signatur achso ich kann jetzt hier was machen ich weiß nicht nach was für anzeichen nicht ich weiß nicht nach was für anzeichen nicht weiß 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 das war's ich habe eine saubere dna probe hergestellt jetzt muss er nur noch seine medikamente nehmen ist das so erstmal finden Alfred ich habe das heilmittel aus längst franz labor jetzt muss ich nur noch ihn finden wo könnte er sich verstecken er weiß nicht was er tut er könnte überall sein niemand kennt diese stadt so gut wie sie master bruce sie finden ihn das war ja wohl bestimmt nicht jetzt oder guck mal da ist nämlich noch ein Zwischenschritt ach was willst du mir sagen seine frau deine eltern warum haben dich tote verwandte in einen riesigen flugnager verwandelt flugnager eine gute frau so was haben wir denn hier den mhm wir haben eine Passewagen geortet die lieutenantin der milize haben die Schutzrasen haben verstärkt das wird nicht einfach ach Gott das ist das was ich glaube es ist Batman muss sie nur schnell finden bevor sie nah gestört wird so gut da randmann die und sie sagen ich habe den Arsch gerettet und dann fahren die Gangster in einen rein und sagen wir verfolgen sie an alle unterstützungsteams mich verfolgt ein feindlicher wagen schicken verstärkungen du mensch komm ein klick er hat noch eine erledigt nur noch zwei übrig mich hat es erwischt wir sind auf euch allein gestellt schaltet die Nase komm her nicht da ich werde anbegriffen Bei uns leitereinheit ist in einem flacher ah er geht wieder weg k Ein weiterer Lieutenant der Miliz ist aus dem Rennen gesteckt. Rettig wieder. Hier. Was ist Batman? Er hat einen verdammten Hanzo! Oh Gott, bring uns hier raus! So, ich hab mich gerettet. Ähm, nein, nein, nein. Was haben wir da? Nix Neues. Was ist hier? Oh, guck mal. Kriegt der Schatten. Schlechte Neuigkeiten, Sir. Mitglieder der Liga der Killer wurden auf den Dächern von Kagani Island gesehen. Und ich vermute, dass es die Liga war, Sir. Die genauen Worte des Officers waren durchgeknallte Ninjas. Danke, Erzweiß. Ich überprüfe das. Ninjas! Hast du das vom Riddler gehört? Ist verrückt geworden. Noch verrückter als sonst. Hm. Da. Beide tot. Nur wenige können zwei Liga-Killer ausschalten. Ich muss den Tatort untersuchen. Analysieren. Die Wunden stammen von Heben mit einer langen, scharfen Klinge. Wie ihren eigenen Schwert. Und hier? Was ist das? Das gleiche Wundmuster. Andere Uniformen. Sie haben gegeneinander gekämpft. Blutgritte Gruppe AB. Bereits gescannt. Da. Ein drittes Schwert von sich geworfen. Die Blutgruppe passt zu keiner der Leichen. Jemand ist entkommen. Wer auch immer entkommen ist, ist schwer verletzt. Ich sollte die anderen Dächer absuchen, ihre Spur aufnehmen. Findet ihr den Anfang hier, oder was? Ich hab's. Das sollte mich weiterbringen. Hat irgendwer diesen Anarchy gesehen? Diesen Jungen hätte das echt gefallen. Wo führt mich die lila Blutspur hin? Das ist echt viel Blut. Alfred, die Assassinen scheinen sich bekämpft zu haben. Ich folge der Spur des Überlebenden. Ein Bürgerkrieg innerhalb der Liga? Wie ist das möglich? Ras Al Ghul ist nicht dafür bekannt, Widerspruch unbestraft zu lassen. Seine Leiche verschwand nach Arkham City. Ich dachte, die Liga hätte ihn. Aber vielleicht auch nicht, Sir. Wenn die Liga einen oder mehrere neue Anführer hat. Sie könnten noch gefährlicher sein als Ras. Noch verrückter? Lass mal gucken, wo die mich hinführt die Spur. Ist er in den Untergrund, oder ist es mittlerweile woanders? Der Riddler, der meldet sich. Der ist schon ganz eifersüchtig. Hoppsa. Ich habe keine Angst vor Scarecrow. Wenn man Angst vor ihm haben müsste, dann bräuchte er doch keinen Angst, Kars, oder? Und hat jemand gesehen, wo sie hin ist? Ich habe sie kaum kommen sehen. Was hat er sich überhaupt dabei gedacht? Man sieht einen Indra. Man lässt ihn durch. Gesunder Menschen verstaubt. Was macht die Fledermord denn hier? Oh. Shit. Ich kann nicht darauf geachtet, wie ich hinlaufe. Superschaden. Oh, der hat da auch so viele Diermesser. Okay, ach, hier geht es auch einfach weiter, okay. Ich hätte auch weitergehen können. Da hin. Das Blut wird weniger, ne? Oh, nee. Das war falsch. Oh, ja. Hier geht es weiter. Sie hat schon so viel Dier verloren. Wieserweise. Die Spur führt durch den... Ich muss den Generator ausschalten, um Zugang zu erhalten. Sir, die von Ihnen in Arkham City gebaute Distanzstromladung könnte funktionieren. Im Moment ist sie im Asservatenarchiv des GCPD zu finden. Ah. Sieht da wohin, ne? Wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn? Da. Zack. Ich glaube, kurz. Keine Ahnung, dass ich feiere, wenn es woanders hinfällt. Abgesehen, wie einer Scarecrow's Cars reingeatmet hat. War echt übel. Da bin ich. Nur kurz das abgeholt. Kleiner... Kleiner Trixel-Affel. Vielleicht konnte ich die auch irgendwann wiederhaben, aber gerade brauche ich sie doch sehr. Hey, kannst du mir deine Kunden mal lassen? Wenn du uns alle einsperren willst, brauchst du eine größere Zelle. Genau dort könnt ihr es nicht sehen! Was sind denn jetzt hier die Asservatenkammer da? Nee. Äh. Hochsicherheitszellen. Das ist ja auch falsch. Interview-Room-2. Ähm. Doch da draußen? Nee. Ach, was ist das denn? Ähm. Oh Gott. Ihre Gesichter. Was läuft wohl nicht so, wie du es geplant hast? Ich sagte doch, dass du sowas noch nie... Du arbeitest für den Riddler. Was? Du bist ja irre! Batman ist durchgedreht, Leute! Was machst du da, Batman? Hör auf! Weg von ihm, Batman! Keine Ahnung, wovon er da redet, Leute. Bist du sicher? Okay, okay! Ich helfe nicht mehr manchmal. Sag ihm, wenn Gordon ihm auf den Fersen ist, verteil seine dämlichen Trophäen überall. Sowas halt. Aber das ist alles! Ich bin kein schlechter Mensch! Wirklich! Das ist mir egal. Hey! Du kannst mich hier nicht reinwerfen! Ich bin Polizist! Jetzt nicht mehr. Hä? Okay. Diese Marke, die verwirrt mich ja total. So. Dann war doch hier irgendwo. Ich bin ja da schon zweimal einfach so reingestolpert. Evidenz-Room. Guck mal. Da. Eine Elektroschock-Pistole. Sie gehört Batman alias... Ein Verschock-Halt... Ein Verschock-Halt... Ja, nimm das. Sie gehörten dem Elektro-Cutioner alias Lester-Buchinski. Der Joker hat den Typen in der Nacht des Blackgate aufgerüstet. Ich hab die Distanzstrom-Wahrung wieder. Batman hat sie sich angeblich für eine Weile ausgeliehen und dann hierher gebracht. Er verprügelt Ganoven-Boliva auf die gute alte Art. Sehr subtil. Ich weiß, das ist die Asservatenkammer, Bruce. Aber denk doch mal an die Spuren. Dankeschön.